seid herzlichst gegrüßt meine lieben brüder und schwestern zu indiana jones kaisergruft vers 25 einfach mal reingehen und zwar fängt hier an der sechste hauptabschnitt penglai mountain genau und da habe ich gleich schon ich habe schon ein bisschen ein gespielt und habe da aber gleich schon mal ein fehler gemacht also was heißt weder wo sind jetzt ein revolver ist ja hier nicht mehr außer das war schon mal der erste fehler keine waffe ziehen genau weil das erkenner jetzt lassen wir es mal neu starten worte ja schreibt man mal neu also keine waffen ziehen lasst du jetzt auch für die wollen dass wir die amerikaner wenn bis er neu begibt kann ich den anderen sterben was ne der ist kein tod überhaupt mal bis neu startet dann lässt man den netten fahrer erstmal in ruhe also keine waffe ziehen und geht nach links in den raum so hat man mal ein bisschen noch so na komm endlich na neu starten könntest du auch jetzt endlich so also keine waffe ich wollte schauen ob ich mir wollen ob gut weiter tolles spiel das wird immer schwieriger oder also was ich so ein bisschen lesen ob so also jetzt gehen wir mal rein da geht nach links in den in den raum mit den fenstern so und da ist jetzt auch wieder einer drin oder so und jetzt muss erwarten bis alle weg sind oder und dann muss man den hebel ziehen oder warte hier wartet man bis alle soldaten verschwunden sind schaut dann in den kisten nach und betätigen schalter so sind jetzt alle weg kommen jetzt keiner mehr tolle grafik da oben schau mal die die der beton träger da schöne grafik gut also jetzt jetzt da unten läuft nur ein herum jetzt laufen die draußen jetzt kann man in ruhe die kisten kaputt machen und da ist aber nichts drin oder wahnsinn weg 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 und jetzt den schalter ziehen oder kommt einer jetzt den schalter ziehen oder keine warnung gut dann machen das macht es halt jetzt gibt es die jetzt raus oder soweit war mir ja fast schon kann ich jetzt ist der kaputt haben ein medikit wir haben aber schon voll jetzt oder wie jetzt sind wir drei von drei sauerstofftank sicher das habe jetzt habe ich auch nichts nie warte ja jetzt können wir einfach wieder raus gehen oder und jetzt ist er darauf oder und jetzt rauf irgendwo worte da drüben oder darauf und natürlich springen irgendwie rauf springen worte ach komm was gibt es nur springen ist weil ich nicht mehr wo die springen taste ist aha komm jetzt bin ich schon verletzt sagt mal ja wenn man speichern könnte dann könnte jetzt hallo und da ist das artefakt drin jetzt warte da hinten links um die ecke oder da irgendwo war das oder wo ist denn das wo war das da ist es sollte bingo so jetzt wieder rauf wenn stehe mit seinem gehechel das nervt mich so und jetzt ist da wieder ein schalter den schalter und da drin ist nix oder da drin ist nix ja und mit den ventilatoren da mit dem ding da jetzt wort na so jetzt so hatte fahrt kammer schalter betätigen muss man da auch noch rein warte wieder oben doch nach oben ziehen geht man in das gebäude und sofort rechts durch die tür hier den schalter betätigen und da muss man jetzt aber einer schießen dann oder da ist noch ein schalter müssen wir den auch machen warte sonst ist da nix mehr das funktioniert nicht da muss ich den schalter auch noch wochen die musea noch wochen was macht der das ist doch schlecht erscheinen durch die arzt wird habe ich das vergessen er hat beim letzten mal und jetzt kommt noch ein aha das habe ich vergessen das ist die speichern weil den schalter hat ihn abschalten ich habe gerätselt weil da stand drunter durch rollen aber wenn er aus ist der ventilator und ähm in tombrainer da kann man die ventilatoren kaputt schießen und hier nicht oder jetzt müssen wir da rüber peitschen okay mit sprung ach du scheiße warte aha prima und jetzt rein und durch rollen warte so und jetzt aha und wie schalte ich die aus freunde die laufen noch hochziehen und durch rollen dem gang folgen und durch zwei weitere events also ventilatoren rollen machte scheiße die drehen sich aber noch die nicht kaputt schießen wo ist denn die schieß schießeisen kommen ja luga mit zielen geht es auch nicht oder wie geht nicht oder geht nicht gibt es nicht ach komm na gut und jetzt durch rollen zweite so warte 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 oh weia und jetzt rutscht man runter oder warte oder warte wenn man jetzt die schräge rund rutscht muss man im richtigen augenblick abspringen auch die scheiße gut ich da jetzt runter oder wie warte scheiße ach komm nee jetzt kann ich die ganzen trick nochmal spielen ich mag nicht mehr ich lösche das spiel komm sei mal bitte nicht böse aber was soll denn die scheiße jetzt ist das artefakt auch ach komm ich mag die mutter kommt auch noch ein acht komm bekomme ich doch mal ab dem abend gar nicht den ganzen trick noch mal mache ich morgen ja gut entschuldige aber oder ja gut entschuldige aber oder was macht er denn jetzt nicht mehr das kann ich jetzt tausendmal spielen da kann ich jetzt drei jahre ja ich weiß nicht ob das äh naja spaß macht was ist denn wo ist denn kurzwahl taste ne ich brauch mal ne das da dreier war das oder vierer was gibt's noch jetzt wird er wieder alles prima dreier auch mal dreier ähm und da muss es ist ein schönes spiel muss man schon mal schauen diese lüftungsschächte scheinen durch die ganze anlage zu laufen äh äh haa 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 ach so das dreck-sartefakt haben wir vergessen ich bin ein reicher mann wenn ich das hier überlebe gut ich sage jetzt mal nix weil es wird besser so nicht es wird besser Springen. Ah komm, leck dich. Und jetzt Vorspringen. Jetzt stürzt er ab. Oh nee, jetzt kommt er runter. Jetzt speichern. Wenn man jetzt die Schräge runterrutscht, muss man richtig haben. Schaffen wir das nicht, fällt man eine Weile. Die gehen weiter, gehen und sich durch den nächsten Ventilator gleich rechts rollen. Weil da ist das Rot. Rot ist böse, oder? Ah scheiße! Warte. Aha. Gleich rechts rollen. Oh oh oh, da liegt einer. Pause. Ich schaff das. Und dahinter gibt es wieder Munition. Ein wenig zurück und über den roten Abgrund springen. Glaubst du es nicht? Was ist da wieder alles für Dreck? So gefällt mir das schon besser. Medikit. Ja, ich bin voll, oder? Warte. Jetzt nehmen wir eins, weil ich eh schon voll bin. Warte. So, jetzt kommen wir es nehmen. Aha, jetzt haben wir es. Jetzt lässt du die wieder fallen. Prima, und jetzt können wir speichern. Haha. Und jetzt sind sie da rüber springen. Au, au, au. Warte. Jetzt sind sie da rüber springen. Ach du Scheiße. Okay, speicherns. Zurück, äh, nicht rein. Jetzt sollte ein starker Ventilator. Man muss gegen die gegenüberliegende Wand springen und wenn man nach rechts geblasen wird, schnell in den nächsten Gang gelangen. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Äh, äh, äh. Starker Ventilator. Man muss gegen die gegenüberliegende Wand springen und wenn man nach rechts geblasen wird, schnell in den nächsten... Hä? Die Sache gefällt mir nicht. Ja, aber mir. Da liegt da muss man rein, oder wie? In den gegenüberliegenden, äh, äh, gegenüberliegende Wand springen und in den nächsten Gang. Also da links rein, oder? Warte. Da links rein. Da kacke ich jetzt auch. Ach, ah, 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 ah. War's das? War das jetzt gut? Wahrscheinlich. Und jetzt? Ansonsten endet es wieder tödlich weiter. Geradeaus und am Ende runterfallen lassen. Fallen lassen, fallen lassen. Ich sage jetzt nicht, dass ich das geschafft habe. Und jetzt? Da lang, oder? Ich habe keine Waffe. Muss ich jetzt nichts mehr schießen? Aha. Prümer. Äh, überhaupt keine. Doch, doch. Muss ich jetzt nochmal schießen? Da? Ah, oh, oh, oh. Psst, Entschuldige. Oh, oh, oh. Nee, die Kitsch. Ja, die Kitsch. Hat er das jetzt genommen? Nee, warte. Also müssen wir eins nehmen. Warte. Und jetzt nehmen. Ha, prima. Und jetzt? Irgendwo raus. Da raus, oder? So, sag jetzt nicht, dass ich es geschafft habe. Mühsam ernährt sich das. Auweia. Oh, scheiße. Prima. Jetzt sind wir im nächsten. The Infiltration, auf was sie. Da muss ich was. Da gibt es ein Artefakt. Ah, oh, kurze Kaffeepause. Warte. Sekunde. Äh, gut. Also wir haben wieder ein Level geschafft. So. Wo jetzt? Es folgen sofort zwei Wachen, die man schnellstens früh stellen sollte. Aber warum hat er dann die Peitsche? Kann nicht mehr. Äh. Wo denn? Da? Musik in den Oben oder unten, weiß das einer. Na, wir werden es gleich wissen. Halt! Ah, komm. Ah, gues so, Alarm. Oh, nee. Oh, weia. Komm, keiner. Oh, weia. So, Freunde. Ah, da, nee. Ach, komm. Ah, komm. Ah, komm. Und da unten, was war da unten? Nix. Das funktioniert nicht. Okay. Ich muss den Alarm abstellen, oder? Ah, damit sie keinen Alarm auslösen, ja toll. Dann in die kleine Tür und am Hebel ziehen. Dann in die kleine Tür. Hebel ziehen. Ah, geil, Tür, dann. Hebel ziehen. Gut. Äh, den auch noch, oder? Oh, weia. Jemand hat den Strom abgeschaltet. Irgendwo hier müssen die Generatoren stehen. Äh, mhm. Jetzt kommt keiner. Genau. Äh, mhm. Äh, mhm. Äh, mhm. Warte, äh, da, äh, hebel ziehen wieder raus, geht's gerade aus die Treppe runter. Und da, in dem Raum, unter dem Hebelraum gibt es einige, einige Kiste zu tun. Ah, jetzt kommt einer. Und da draußen, da draußen, da draußen, da draußen rennt einer rum, oder? Ah, da rennt einer rum. Ah, da rennt einer rum. Ah, komm. Ah, ne, kommt da wieder einer. Ah, komm. Wenn nicht. Ah, ne, kommt noch einer. Ich seh nix. Ich mag nicht mehr. Jetzt schieß ich mal drei Jahre. Oh, Ruhe. Sag jetzt nicht, dass ich's. Das wenn ich nicht nehme, dann verliere es wieder. Ah, ne, überhaupt nicht mehr. Speichern. Äh, äh, Treppe runter, oder wie? Äh, äh, Treppe runter. Treppe ja Leiter, oder? Mensch, der hat einen Deutsch und die Kiste plündert. Warte, entschuldige. Moment, da muss ich gleich mal schnell, äh, meinen Editor öffnen, damit ich das ausbessern kann in seiner, in der Lösung vom Hidden Dragon. Äh, so, jetzt Treppe runter. Oh, was ist denn das? In dem Raum unter dem Kistenraum. Also da. Oh, ne. Kistenraum, das ist der da. Oh, ne, schau dir das mal. Was ist denn das da? Bergbau. Warte, das schauen wir schnell an. Oh, jetzt hole ich runter. Boah, alter, oh wei, ja. Frag mal, hallo, sollen wir da reingehen? Ist da einer? Gibt es einige Kisten? Wo sind denn da? Die sind aber alle? Da, ah, da ist mein Hut? Ne. Da ist es und ich glaub's jetzt nicht. Die sind aber alle, doch, die kann man alle kaputt machen. und da ist auch nicht so warten bis die ist das holz jetzt schauen wir mal was da drin war nichts da ist was ist das medikit aha jetzt können wir wieder eins na prima prima ein medikit wahnsinn speichern stelle ich mich da in die ecke und warte und lese warte wir haben nicht mehr lange zu spielen 5 minuten schaffen wir das und wenn man weiterläuft vor dem abgrund nach rechts ab biegt eine kleine kiste mit artefakt ich bin ein reicher mann nicht dass ihr überlebt rolle so und jetzt war ja zu du bist du da irgendwie rüber oder warte jetzt rüber auf die andere seite der gondel und wieder alle kisten gelehrt auf der anderen seite kann ich jetzt einfach rüber gehen oder wie auf die andere seite da ist da hinten und da hinten ist auch nichts der tropf steinhöhle hört hörst du das wahnsinn da oben wo ich nicht drauf gehört da rein jetzt oder wie wort da können wir noch nicht können wir noch und jetzt da waren die leiter und was ist da ist so okay bald schauen vielleicht auch noch da ist ein medikit oder wie medikit ja wir haben aber schon hat dann wenn wir noch eins brauchen und jetzt die leiter hoch oder dann die treppe hoch kisten durch die tür links am hebel ziehen dann die treppe hoch die deutsche oder da ist nichts ähh Tür ohja? Hebel 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 und da oben? was ist da oben? links am hebel ziehen da oben der ventilator da oder wie und dann drauf oder wahnsinns ding hier schau dir das mal an, hallo irgendwas läuft da noch oh weia, da jetzt ein dann die ampe bis hoch den gang entlang und auf die kiste am ende klettern und da ist nichts drin, ist da was drin? das funktioniert nicht und da? warte, was ist da? nee, wir müssen aber erst auf die kiste klettern, oder? au, und an die kette, oh weia, an die kette springen über die kette geht es zur anderen plattform und dann weiter nach rechts da rein jetzt, oder? einfach... ah, peitschung, warte ich drücke über die falsche peitschung so, jetzt da durchrollen, warte peitsche zum ventilator dem gang folgen und mit der peitsche zum nächsten rundgang schwimmen aha, na gut oh, hoppla ah, ah, nee, warte ah, da kommt einer ah, wie sieht da immer die Dreckswaffe da unten läuft auch einer rum, du Böser komm komm ah, jetzt kommt der, oder wie? ne du bist zum nächsten rund komm da war ja, und der, oh, jetzt da, oh, oh und der die wache auf dem gang erschießen und am besten den kerl unten gleich mit versorgen ja, toll am ende des ganges geht es dann per doppelsprung peitsche rüber auf den anderen gang oh, nee oh, nee oh, nee waffe wie war das da? ne, geht nicht ah, gut aha, der rechts unten da prima na gut, jetzt ist sie aber wieder weg, ist klar, aber wir haben ein gegner weniger die waren die waren was alle rampen nach unten und durch die kleine tür laufen alle rampen nach unten alle rampen nach unten kaffeepause ja, wir machen, es dauert anscheinend nicht mehr lang alle rampen nach unten, wir haben es gleich, oder? hoffentlich wahnsinn oh weia, da müssen wir noch durch dann, oder? oh weia jetzt habe ich keine wache für mir ja komm äh yoga und jetzt warte und durch die in dem in dem raum erst am hebel ziehen und dann hinter einem die schräge oh wei, oh wei aha so was ist das gut für gar nichts oho erst am hebel ziehen oho erst am hebel ziehen jetzt kommt da jetzt was jetzt muss ich nur noch die bremse lösen oh schon bringt mich die gondel ans ziel oh ne zu sich da durch scheiße oh ne in dem raum erst am hebel ziehen und dann hinter einem die schräge rum runter den offizier aus dem weg räumen und weiter in den raum in einen raum mit kisten da ist wieder ein medikip, oder? ja, ich bin da aber schon gesund hier freunde und jetzt ist es oder auch weia durch die tür oh 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 jetzt nur weia scheiße scha, scha, scha oh, oh, oh jetzt, jetzt befindet man sich im generator raum folgendes hinten links ist eine tür da geht es raus hinten links vorher muss man aber noch einen hebel betätigen der mitten zwischen den generatoren ist störend sind dabei drei wachen und die blitze zwischen den generatoren bei den wachen leisten granaden und bis sollen noch gute dienste aber den blitzen aber den blitze kann der hat ein deutsch hier kann man nur ausweichen und sich so vorsichtig einen weg durch das labyrinth erst zum hebel und dann zur tür suchen oh wei oh wei also in der mitte zwischen den generatoren in der mitte zwischen den generatoren muss er im hebel betätigen bleiben die immer gleich? oder wie? wie soll ich denn da durchkommen? bleiben die immer gleich? also ah er ist die kollegen und jetzt we- 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 wie komm nochen zu jetzt? und wo ist denn der hebel? wo ist der dreckshebel in der mitte zwischen den generatoren da weiter vorn irgendwo oder wie da ist er scheiße wie komme ich dahin hat jetzt keine mehr oder kommen wir in meister seiner doch da ist er jetzt oder warte da kann ich jetzt hingehen oder so haben wir den hebel oder und nao er ist zum hebel und dann zur türbahn hinten links müssen bei dem hinten links das da ist die tür oder die ist aber hinten rechts freunde hebeln haben wir jetzt ist er wieder zurück oder wenn ich jetzt da hingehe dann komme ich da nicht weiter da komme ich auch nicht weiter da hinten auch nicht also muss ich da irgendwo wo sie meine woche so da käme ich komme ich darauf warte darauf nee komme ich da oben rum rüber oder wie ich muss da warte wenn ich da hingehe da was ist passiert da warte sind das blitze da komme ich da durch da komme ich durch oder da hinten ist die tür oder warte ach komm was war denn das jetzt kann ich das ganze tracks level noch mal spielen was war denn da jetzt ich habe die falsche tasse gedrückt ja gut ok freunde ja dann mache ich da aus mache ich nicht mehr ich mag nicht mehr ja ich spiele es offline mal bis zu der stelle wo wir vorher waren und dann schalte ich wieder ein okay machen wir es so okay weil sonst auch zu locken also dann tschüss bis gleich und dann tschüss bis gleich und dann tschüss bis gleich